ok meine damen und herren und willkommen zurück bei einer wunderschönen kampagne will bei feuer und schatten jetzt wir sind jetzt bei den küchler habe ich etwa küchler gelesen egal spielen wer wirst du denn schönes also die dame weiß ich glaube den typ da nicht werden wir erfahren ich muss nicht mal sagen dieses neue volk nicht besonders gut leiden kann aber wir werden das machen kürnl küchler hier sind die gefangenen der mohawk aus dem oneider dorf ausgezeichnet wie viele krieger kann dein dorf aufbringen das wirst du wissen wenn sie deinen kopf holen es ist ein fehler mich für einen nachsichtigen engländer zu halten du kannst vielleicht gegen deines gleichen krieg führen aber jetzt hast du es mit hessen zu tun mein befehl lautet die wälder von diesen rebellen zu säubern wenn deine leute mir in die quere kommen sterben sie sperrt sie ein ganz böse bub lasst ihn töten ich will dieses volk spielen übernehmen und dann zeige ich ein ganz cover leicht wie man den kaputt macht und zwar mit militär barbarm muss es machen die wälder müssen beben die rettung ok der kampf trupp ist versammelt in unserem lager sind keine dorfbewohner um bauen und wachsen zu können müssen wir dorfbewohner befreien die von dem mohawk und ihren hessischen verbündeten gefangen gehalten werden ok ok dann würde ich sagen wir doch 100 retten ok also mission wird alle retten sein die kathen teka kenyes ok 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 Was war weg mit dem Müll? Da oben sind Bewohner, muss eigentlich noch wie so ein paar gegnerische hier Dings einhalten. Wo ist denn jetzt unser Boss-Boy da? Was macht das? Die sind wieder voll aus Mäuschen. Wir befreiten einige Dorfbewohner. Wir müssen sie bei der Arbeit beschützen, um unser Militär zu verstärken. Es werden noch weitere Dorfbewohner gefangen. Je mehr von ihnen wir befreien, desto schneller können wir unser Lager erweitern. Nee, sag nicht. Die Indianerin ist und bleibt meine Gefangenen. Es gibt zwei Standorte für Handelsposten. Einer wurde bereits von dem Mohawk erobert, aber das können wir ändern. Hier waren wir ganz schnell. Ein Zill. 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 Das ist cool. Die Mohawk haben zugelassen, dass einige unserer Gefangenen befreit wurden. Ich hätte mehr Söldner zum Wachen der Gefangenen abstellen sollen. Ich hätte das nicht gewohnt. Ich hätte das nicht gewohnt. Ich hätte das nicht gewohnt. Dekatkinnissu! Hona wa kei! Ikei! Hona wa ikei! Obwohl, einer könnte ja hierbleiben und so ein Ding hier bauen, oder? Oh, den Siedler können wir auch noch befreien da oben. Oh, den Siedler können wir auch noch befreien da oben. So, einfach den Indianer-Häuptling hier nehmen. Oh! Hier noch paar. Katogat! Onajoten! Tekakenis! Waktabe! Geriwentos! Ken! Tekakenis! Onajoten! Waktabe! Unahoten! Immer wenn ein Travai an unserem Handelsbosten vorbeikommt, schließt sich ein neuer Dorfbewohner an. Okay! Tekakenis! He? Okay, also kommen wir jetzt durchgehend Bewohner. Unahoten! Unahoten! Wa 세�jevs. Waktabe! Cool sesche! Waktika! Oh, na hooten! Yekatenkis! Monokje! Yekatenkis! Onki! Ye katenki! Hir! Ik Swe! Votre orbe ? Je le ferai. Ich habe Spaß, dass sie noch mehr Bewohner sind. Ich habe Spaß, dass sie noch mehr Bewohner sind. Ich habe Spaß, dass sie noch mehr Bewohner sind. Ich habe Spaß, dass sie noch mehr Bewohner sind. Ich werde jetzt die Kanone wegmachen. Ich habe Spaß, dass sie noch mehr Bewohner sind. Ich habe Spaß, dass sie noch mehr Bewohner sind. ein weiterer siedler hat sich unserem handelsposten angeschlossen ein weiterer siedler hat sich um ein weiterer siedler hat sich um die jahre retten wir auch noch mal immer wenn ein travaux an unserem handelsposten vorbeikommt schließt sich ein neuer dorfbewohner an tolle sache wissen wir schon bereits können wir uns eigentlich alles und jeden holen die Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Okay. Yeka, Tempias. Keri, Winkos. Kato, Rats. Keri, Winkos. Una Fota. Tekatkenis, Waktar. Yke. Keri, Winkos. Hand. Was haben wir hier? Entwerte. Das war ein. Das waren wir nicht für einmal. Jäger! Das sind wir hier, die Tenten. Das sind wir hier, die Tenten! Oh, ich gönne mich mal. Oh, ich gönne mich mal. Oh, ich gönne mich mal. Ein weiterer Siedler hat sich unserem Handelsposten angeschlossen. Sicher. Mount nach unten, wachtare, wauke Ooh, ich gönne mich mal. Der Wacht abre, ich gönne mich Wie geht Und spielen Kuriwentos Ich hab ich hier mal gesagt rồi Kuriwentos Kuriwentos Kijiwentos Gehr su Gehr su Gehrs Ich habe diese Gastgepult noch nie vorher gesehen. Das ist wie man so langsam laufen muss. Ich gehe los, ich gehe los. Okay. Hier Ich bin ein Wachstum. Was ist das? Was ist das? wir müssen die palisaden zerstören hinter denen meine mutter festgehalten wird bevor die mohawk unschlagbar werden jetzt haben sie Zeit vorgab oder was die weiss Dekatenis 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 Es ist ein Wartner. Ich habe nichts. Es ist ein Wartner. Es ist ein Wartner. X, 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 Y, X, 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 X. Tengiz Unschuldigung So, ich kann das, wenn man handelst, ja? 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 Waktare, unahoten. Keriwaka-kenyes. Unahoten. Ten. Waka-kenyes. Waka-ke. wir haben viel leben, aber ich muss halt nicht so viel aus was ist das? was ist das? Waktar, Ikerons. Was ist das? Was ist die Information? Was ist das? Ich will... Du bist wachter. Ich will. 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 Sie sind in der Höhepin示. Sie sind in der Höhepin示. Jeder Moment in der ich lebe ist eine Qual. Das ist eine Qual. Wir haben ein Kanon. Tolle Sache. Wir haben ein Kanon. Das war's für heute. Ja, guckte ich an, da kommen die T-Soldat aus... Ja, sehr viele. Hen! Hen! ,, ... ... Was ist das? Wir den Diana vermehren uns wie eine Seuche hier, machen unsere Armee hier zum finalen Angriff. Wachttare! Hier! Wachttare! Ike! Wake! Häh! Achtung! Ah, jetzt sind sie doos, die werden ich auch ran. Ja, ich schaffe, weil ich angreife. Ich bin frei, dann sei euch allen. Was passiert mit dem da? Ich laufe durch die Straße. Hallo, Frau. Ich bin's. Wo will ich denn hin? Der läuft doch eh gleich irgendwo gegen. Ja, guck dir das an, da ist echt so betrunken. Aber schon klar, da läuft der ja schon gegen den Ding da. Guck mal, der läuft da durch. Der Typ da ist ja mega. Egal, weiter geht's. Ich bin's.